Und Willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed Carbon. So, wir waren bei Striker stehen geblieben. Ja, machen da mal gleich mal weiter. Und wir wechseln mal unser Kree mit Glied. Wir brauchen ein bisschen mehr Kohle. Okay, das Rennen ist öffnet. Denk dran, Boss, du musst erst... Okay, aufgepasst. Du kannst jetzt bis zu zwei Partner in ein Crewrenn mitnehmen. In deinem Renn-HUD siehst du, welche Taste du drücken musst, um das Spezialmanöver des jeweiligen Crewmitglieds auszulösen. Hatten wir das nicht schon? Wenn du bereit bist, bin ich auch. Vorsicht, ich komm hier zeitlich vorbei! Versuch dran zu bleiben! Ich geh rein! Tut mir leid, Boss, steck hier hinten in Schwierigkeiten! Ich bin bereit, los geht's! Komm, schlepp mich! Komm, schlepp mich! Das ist es! Spannende Musik mach dich weg voll leicht also wenn das zu weit geht, ja und nicht anstrengend eigentlich in meinen Windschatten oh, eieieiei, knapp das schöne ist, das Auto wird in den Windschatten reingezogen ich bin aufgeladen, Digga, komm, ich zieh dich Vorsicht, wir kommen hier zeitlich vorbei Handeln Windschatten, Mann ich bin bereit, los geht's verdammt wir sind bereit, los geht's verdammt und gewonnen so Das war's für heute. Jetzt haben wir den Runden-K.O. Ne, schaffen wir nicht mehr. Flucht. Sprint. Sprint müssen wir noch zu schaffen sein. Sprint. Brötchen. Weg doch! Ja, die helfen ungemein hier, aber schieb's nun ab! Ja, danke! Thank you! Und ich habe ja auch einen Problem. Oh, das ist Boro. Heiliggeist! Ich habe richtig Bock auf Ärger! Ich bin aufgeladen, Digga! Komm, ich zieh dich! Machst du, Digga! Machst du, machst du! Erbo! Ich bin aufgeladen, Digga! Ich bin aufgeladen, Digga! Hey, Buddy, setz dich hinter mich! Das hat ja nicht dafür gebracht, Kumpel! Das war ein Rennen für nichts! Das war nichts! Und hiermit bände ich auch die Pfeile. Und wir versuchen's beim nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!